Hallo Leute, ich bin Tetzelfreak. Schön, dass ihr euch eingeschaltet habt. So, ja, wir waren ja da raus aus der Tür und ja, wollen wir mal weiterlaufen. Wir sind ja eben gerade, wir kommen genau da raus, wo wir vorher nicht hin konnten. So, da haben wir da einen Gegner. Nein, pfui! Belästige mich nicht. Ah, nee, du auch nicht. Mann, sah das eben gerade komisch aus. So, ich denke mal, dass hier auch irgendwie nichts mehr ist. Lass uns rausgehen. So, ich denke mal, wir sind frei. Der Sonne ist bereits hochgegangen. Huh? Hey. Ja, ja, es war so schön, ich bin ein bisschen lightheaded. Well, I'm a bit frazzled myself from lack of sleep. Hm? I'm sure my manner is being watched. Let's rest at the inn for now. We should dry our wet clothes as well, or we'll catch a cold. Tchiu! Good idea. Sie hat genießt. Bleiben. Ne, die obere Truhe habe ich ja geöffnet. Ja, Miglio, ist ja schön. Kann ich mich immer noch nicht öffnen. Ja, danke, Miglio. Oh, sie hat ein Heilmittel gemacht. Bleiben. Ja, slow-mo. Du wolltest dich ins Gasthaus, blablabla. Guess we caused yet another scene. Hooray for us. Well, at least we got rid of the malevolence. Incidentally, I suppose. But even so, I'm glad. It feels like now there's nothing we've left undone. You say that like it's your end. In a way it is. I have decided I'm going to Marland. That's a plague town. You can't really mean to obey them. Whatever twisted motives the Chancellor may carry, the order is official. And besides, it doesn't change the fact that Marland is suffering. I want to do everything I can for the people of Highland. Alicia. The council may laugh, but so be it. All right. Then I'm going with you. You can't get involved. I've already caused you so many problems. But how do you plan on getting to Marland? The bridge is washed away. Well, I don't know. Four heads are better than one. And we have excellent four heads. Besides, we need that bridge too, after all. Thank you. No need to thank us. Dinner last night was off the chain. All right. Let's go check on the state of the bridge. And then we are back. Oh, the title is up. We want to go... Of course... Uh... Oh, here it is not out. There. Yeah, we want to go to the bridge. There was another way. There was another way. Sooo... There was a link. There was a other way. There is no time to go to the bridge. And just go to the bridge. There is no time to go to the bridge. The people are interested in me here. I don't know what I mean. hallo blöder wolf wir haben wir sogar den sternen direkt in der mitte nein nicht gibt r oh mein gott oh mein gott oh blöder blöder wirst du mal oh also hochgestuft so was gibt es denn jetzt hier renn einfach irgendwo hin ja ich denke mal die wurden haben daran nicht gearbeitet weil sie bedroht wurden denke ich mal dass sie es nicht machen sollen oh das ist ein interessantes Outfit du musst du sein ja, ich bin Sarai ich bin Maith Repräsentator Marland die Stadt das ist das das ist das 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 ist das 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 ist das das ist das das ist das 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 weiß das 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 Es ist sehr freundlich erwähnt in den Legenden der Dragon. Es ist ein Ort, in dem kein Mensch sollte sich aufstehen. Legenden der Dragon? Ich glaube nicht, dass ich so etwas wie das, in dem Celestial-Rekord kommt. Ich weiß, ob Sie die Legenden der VIII Serpente kennen? Das ist die Legende, die in jeder Kultur der VIII Dragon haben, die den Seraphim verabschieden und in den Unterwelt verabschieden. Hm. Unsere Geschichte sagen, dass ein von diesen Drakern immer noch in Reifolk bleibt. Aber der Wrecker nicht erwähnt etwas wie das. Vielleicht nicht. Es ist gar nicht sinnvoll, dass alle Legenden in der Welt, in einem einzigen Ton. Ich empfehle die Warnung, aber auch so, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass er das noch nie gehört hat. Aber... Es wird alles gut. Lylas hat auch nie von dieser Legenden gehört. Naja, daran glaube ich nicht, dass er es noch nie gehört hat. Also... Gruppenaufstellung. Bis so war, der einzige Mensch kann nur ein Seraphim an seiner Seite kämpfen. Du kannst aber die Seraphim während des Kampfes wechseln, indem du die Steuerkotztaste hoch, runter, links, rechts drückst. Wenn dein Seraphim in Bereitschaft stellt, automatisch ihre Karpi wieder her. Behalte also den Gesundheitszustand deines Partners auf dem Aura und wechsel ihn bei Bedarf aus. Gehen wir nach oben? Ach, guck mal, da haben wir gleich wieder so'n hässlichen Gegner. Da wollen wir mal gucken. ... Oh, Mann. ... Ja. ... Sooo, warum war ich noch nicht? Wir haben erstmal eine nette Kiste. Ah, ein Speer, toll. Ich habe ein Speer bekommen, obwohl es nicht mehr jemand dabei ist. Ja. Sehr originell. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit. Stoßladung. Wäre 1,5 Sekunden oder länger ab, um die SA zu erhöhen. Okay. Wäre 2 Sekunden oder länger ab, damit der Gegner deinen nächsten Angriff nicht abwehren kann. Oh, hört sich gut an. So, da haben wir ja noch was. Automatisiert. Der Verbannungsstoß kann mit sehr hoher Wachanlichkeit, ne sehr hoher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Wenn der Gegner betäubt ist. Lol. Sooo. Das finde ich nicht so toll. Hm, das hört ja nicht interessant an. Machen wir es einfach. Kann ja nicht, ähm, ja, blöd sein. Oh, da haben wir gleich noch was. Ich benutze die Dinger mal auch gleich. Sooo. Äh, konnte doch irgendwie... Achso. Sooo. Lavendel. Was macht das? Angriff in Zweihild, bla bla. Verteidigung. Ähm. Was war das nochmal? Ja. Stopp mir alles in Sori rein. Sori. Dann den Speicherstand. Und ne Sploderei. Die hören wir uns natürlich gleich mal an. Die Mauten sind sicherlich sehr beeindruckend. Ja. Ich kann sehen, warum sie es Spiritscrest nennen. Aber trotzdem. Dragöne? Wahrscheinlich nur eine Geschichte, die ein paar Bar gemacht hat. Wahrscheinlich das letzte Mal, als ich hier war, gab es nie einen Zeichen. Du meinst auf deiner Reise mit dem vorherigen Shepard? Hey, äh. Let's play a game. Pick a number 1-10. Got you! It was 12. She's off the rails. Heh. Must be that pesky oath of hers again. Anyway. If there really were a dragon there, we wouldn't stand a chance against it. So what? If we run into one, we better hightail it out of there? Hopefully we don't run into one at all. Yeah. Wollen wir speichern? Man. So. Da haben wir ja einen Gegner, denke ich mal gleich. Is that a monolith? Nein, ist keins. Wenn's mal ein anderes aussehen hätte. Mann, ist der hässlich. Mann, ist der viel ab. Mann, ihr habt einen Blumen. Got keinen Rump. Mann. Hint auf dem Blumen. Mann. 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 WALP. WALP. Huh. Oh, da haben wir natürlich die Waffe, aus Viseria. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, mach mal. Stimmt, ich glaube, sie hieß Zigbee. Oh, meine Mystic Art. Oh, ich liebe diese Musik. Oh, ich bin. Nein, ich bin. Er hat es? Du wütig! Es war ein Hellion, und Hellions sind in Hell. Wir konnten es sicherlich bemerken. Es gibt keine Möglichkeit, zu zerstören. Sieht zu mir, als ob du einfach auf deine Arten kuckst. Außerdem, Todesmögen ist eine Art Schöpfung. Für einige. Was? Warum? Oh, das ist rich. Ich kann immer auf den Schöpfer und seine Posse sein, um ein paar Goodie-Two-Shoes zu sein, nicht wahr? Du kennst du, dass ich der Schöpfer war? Ein selbst-rechtes Choir-Boy, der sich gegen einen Hellion befindet. Wer wäre denn sonst? Der Name Savid. Ich bin sehr froh, dass du deinen Begründeten machst, wunderschöpferd. Wie leckerst du dich? Der Schöpfung ist weit weg von deinem Lied. Wenn ein Drage wäre, in deiner generalen Richtung, dann wäre du weg. Wir sind nicht hier, der Drage. Dein Begründung ist notwendig. Du bist nicht? Das ist nicht lustig. Nichts hat Spice zu Leben, wie ein Begründeten. Ich denke, dass du hier bist, um den Drage zu kämpfen? Das war der Plan, ja. Die Planen, sie verändern. Du wirklich? Ja, Laos dreht mich auf. Ja, Laos. Ja. Ja. Die Planthe. Ja, sie wollen. Ja. Ja. Du bist keine Schlage. Du bist keine Schlage. Ja. Oh man, ey. Ich hab mir den irgendwie schüriert verrastet. Lappen! Fair enough. There's no reason for us to fight. See? Somebody here has their head on straight. And besides, we're all part of the same team in the end. You know what I mean? Mach die immer klar, wa? Sure. I don't plan on becoming anyone's Sublord. Savid. Alright, alright already. I'll leave you alone, your Shepardness. It's Sarei. Sure, sure. Sarei the Shepard. Well, I got better things to do. Don't forget to run if you see a dragon. Is it really true that a dragon lives here? You got eyes, don't you, Sarei? Why don't you try using them? What is that guy's problem? His power. It doesn't feel like purification at all. Almost more like it feeds a malevolence. I can't respect someone like that. A Seraph who would just kill a Hellion. Yeah, it's sickening. Let's be off. We have our own agenda to fulfill. Right. Yeah. So, jetzt dürfen wir endlich mal weitergehen. Und... Just a moment. I want to bury them. Yeah. Sarei. He feels responsible. Let's go, Miklia. Lila. So... Ja, ich will natürlich noch mal in die Ecke da gehen. Sarei, look carefully at the ground. Ich gucke immer nach unten. Ich gucke gar nicht gerade aus. Aber so von der Zeit würde ich sagen, dass wir bald mal Schluss machen. Aber was? Hier noch? Bestimmt auch noch was. Nee, wir sind auch. Nee, wir sind auch. Wegen sein Mensch. Oder ein Vogel. Mann. Ich gucke mal ein Vogel hier. Vogel nicht. Wenn eben so. Wenn so. Wirklich. Dauert mir sonst zu lange, irgendwie. Oh. Oh. Den haben wir dann da. Hey. Aren't you from the Assassin's Guild? Why would you be after me? Do you realize how disturbed the people have become? With someone like you running around pretending to be the shepherd? Huh? But I mean, I am the shepherd. I am the shepherd. As if you could. Ja, come. I am the shepherd. I am the shepherd. I am the shepherd. Ja. So ein Scheiß aber auch, wa? We should run. Something's odd about this. You're right. They don't seem to be Hellions. Oh, great. If anything, I think they're intentionally giving us a chance to escape. I wonder if they'll still target me. I can sense the ancient tongue. We're near one. Oh my god. Wir stehen schon daneben. Sehr schön. Ein Schweinchen. Vielleicht wollen wir ein bisschen schnell nach oben rennen. Oh, da ist ein Altar. Was? Ja, es war schön. So. Ich glaube, wir machen es mit dem Altar hier noch. Und danach machen wir mal Schluss. Let's go. Saree? What happened to your usual archeology fever? I'm quite sure there's all sorts of things to research about that shrine. I can't say I'm not interested. But there are people suffering right now because they're missing a bridge. I'll deal with it. There will be plenty of other times for exploring. I'm glad. I feel I may have been misjudging you this whole time. Please, forgive me. No need to apologize. Saree is usually so predictable. Very true. I predict we'll talk later, Mikleo. But, like I said, we'll do here first of all. And we'll see you next time. Bye bye.